Fällt die Verdienstanrechnung an eine Witwen- oder Witwerrente bald ersatzlos weg? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Bundestagsfraktion, die AfD, hat einen Antrag gestellt und zwar im Bundestag. Und in diesem Antrag an die Bundesregierung gerichtet, fordert sie ausdrücklich, dass die Verdienstanrechnung an eine Witwen- oder Witwerrente ersatzlos gestrichen werden soll. Das heißt also, wer als Witwer oder Witwe eigenen Verdienst hat, soll zukünftig nicht mehr damit rechnen müssen, dass dieser Verdienst an die Witwen- oder Witwerrente angerechnet wird. Das ist der erste Antrag, den die AfD gestellt hat. Und der zweite Antrag, den die AfD gestellt hat, ist, dass die Verdienstfreigrenzen, die wir ja im § 97 SGB VI haben, die passen sich ja jährlich mit der Rentenanpassung nach oben an. Zurzeit haben wir ungefähr einen Freibetrag von 950 Euro, dass dieser Freibetrag jetzt mit einem Schlag auf 1.440,80 Euro pro Monat angehoben wird. Das heißt also, dass viele Witwen oder Witwer, die selber noch eine eigene Rente zum Beispiel haben, dann eben viel weniger von der Witwen- oder Witwerrente abgezogen bekommen. Meine Damen und Herren, ich halte diese Vorschläge für absolut zielführend und auch für folgerichtig. Und zwar ist es doch so, wir haben seit dem 1. Januar diesen Jahres den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten. Auf der einen Seite sagt der Gesetzgeber, lieber Ruheständler, du kannst jetzt praktisch unbegrenzt neben deiner Altersrente dazu verdienen. Auf der anderen Seite würde aber dieser Hinzuverdienst oder diese Hinzuverdienstmöglichkeit ad absurdum geführt werden, wenn der Betreffende auch noch eine Witwen- oder Witwerrente hat, weil nämlich genau dieser Verdienst dann im Rahmen der Anrechnungsmöglichkeiten dazu führt, dass viele Witwen- oder Witwerrente, Witwenrenten deutlich gekürzt werden oder gegen Null fahren. Das heißt also, sie werden dann de facto nicht mehr ausgezahlt. Da stelle ich mir natürlich die Frage der Sinnhaftigkeit einer solchen Verdienstanrechnung. Wir haben in Deutschland ein Demografie-Problem, wir haben einen Fachkräftemangel und wir setzen doch mit solchen Regelungen, wie wir sie jetzt in den Paragrafen 18a bis 18e SGB IV haben, das sind die Regelungen, die uns praktisch erklären, wie die Einkommensanrechnungen bei hinterbliebenen Renten im Detail funktionieren, setzen wir doch mit solchen Regelungen letzten Endes hier eine Grenze und verhindern, dass ältere Menschen auch noch einen Job annehmen. Und ich bin sogar der Meinung, dass wir diese gesamten Regelungen komplett entschlacken müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Regelungen einfacher werden und auch überschaubarer werden. Und das führt ja nicht nur zur Rechtsklarheit für uns alle, sondern letzten Endes auch zu einer deutlichen Arbeitsentlastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den gesetzlichen Rententrägern. Und ich glaube, glauben Sie mir bitte eins, die Leute dort haben viel Besseres zu tun, als jedes Jahr Hunderttausende neue Rentenbescheide rauszuschicken, weil sich ständig immer irgendetwas am Einkommen bei den Witwenrenten oder Witwerrenten hier ändert. Denn das ist nämlich wirklich mächtig, nervig und raubt uns allen letzten Endes viel Zeit und nimmt uns auch wertvolle Arbeitskräfte aus dem Arbeitsmarkt weg, weil genau dieses Problem besteht, dass die Menschen sich nicht trauen, einen Job aufzunehmen, weil sie dann nämlich Angst haben, dass die Witwin- oder Witwerrente weg ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel